da ist er nicht drin ist er daran verkleidung ja genau das wollte ich nämlich nicht wollte keine verkleidung ich wollte normalen schubladen schrank haben wir kein keiner drin da müssen wir uns die kiste holen ich würde nämlich gerne das weizen da oben mit den links packen in die küche dann passt nicht haben wir hier irgendwo noch kisten stehen eigentlich ja schon da ist keine drinnen da hinten müssen welche drin sein da ist auch keine damen sind die in der schneiderei dann müssen die in der schneiderei sein wunderbar nehmen wir nämlich davon zwei mit die stemme oben in die küche dann machen wir darüber auch so eine art theke und dann passt das so nimmt die stelle mich jetzt hier rein so passt auf und dann kannst du eigentlich könnten wir jetzt hingehen und aus falltüren da schöne theke drüber bauen müsste doch normalerweise müsste der doch immer noch aufgehen dann oder nicht eigentlich ja schon müssen wir gleich mal gucken wir nehmen jetzt mal die ax da siehst du da geht nämlich sehr schön dann müssen wir dann neue frau neue falltür rein machen aber es geht sehr schön so falltür falter 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 fahrtür dankeschön zwei stück reichen war ja nur oben für die ecke mich hier wieder zu kriegen wobei so eine eisenfalltür könnte so eigentlich auch als balkon nehmen sehr schön wunderbar sieht genauso aus wie vorher sehr schön sehr schön so ist kümmerung und sand wieder das heißt wir müssten die leitung wir hinten mal umbauen damit wir wieder bruchstein kriegen damit wir mal wieder sand kriegen lasst uns mal gucken was wir hier für mocks gebaut haben bruchstein besorgen dort heißt der baum den fällen wir mal so dann gehen wir hin da ist das für monster baum ach guck mal das selbster induktionsschmelzer ist da eingepackt worden halter dass kein erzähl wahnsinn komm mach dich dünner hier hier wird nicht hier wachsen raus ist ja noch irgendwo ein baumstamm drin hat er der wechselt schon mal wie unkraut den reißen wir ab hier so den haben wir schon mal weg dann gehen wir in den schienen dann gehen wir in den schienen dann gehen wir in den schienen jetzt das passt auf so der braucht strom von da ne der pulverisierer das heißt wir könnten die leitung zu machen die ist leer wir müssen im endeffekt nur die leitung runterlegen ich brauche eine item leitung wir brauchen item leitungen lass uns doch mal gucken hier dann der weg der weg der weg die kann weg stein kann weg der kann weg der kann weg das kann weg das kann weg den können wir auch unten reinpacken erstmal den brauchen wir nicht item leitungen brauchen wir dann dann der müsste im endeffekt müsste der so viel bruchstein produzieren stein holz items item leitung item leitung da ich habe keine mehr das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich scheiße das heißt aber auch das ist natürlich das kacke ne weil für die conduits brauche ich eisen und das habe ich nicht funktioniert die kiste die leitung wenn ich hier einfach oben drauf packe quasi so funktioniert die dann können wir das mal eben ausprobieren wir nehmen die cornweed binder wenn ich hier hinten rein werfe in die kiste in die kiste da ist ja jetzt nicht wahr oder ist doch jetzt nicht wahr weg gehen sie wenn ihr es unten ankommen ich hätte vielleicht was nehmen soll man nicht durch die kiste gehen ich habe was wir können die blumen nehmen weil die dürften nicht drin sein ich habe keine blumen einsortieren nur einsortiert das heißt sie wenn die es unten in der kiste sind dann weiß ich dass ihr die auch von oben nimmt tada da sind sie sehr schön wunderbar alles super alles richtig gemacht sehe ich hier 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 das passt das passt doch wieder dann kann ich mich die leitung jetzt umlegen und dann können wir mal gucken dass er irgendwie bruchstein jetzt herkriegen so was hatte ich gesagt wir müssen quasi die leitung eigentlich nur hier runter legen so dem hat so 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 ja der läuft katar ratter ratter peng 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 sehr schön das heißt der läuft auch das heißt im notfall kriecher so immer noch neuen sand raus sehr schön sehr schön das ist das schmarrt das ist schon ein wesentlicher fortschritt so keinen blauen trocken beton wunderbar kommen wir da auch wieder ein stück weiter sehr schön so dann machen die ecke zu so da kommt der weiße streifen dran da kommt der weiße streifen dran und da über dem fenster hast du so ein komisches viereck weiß der geier was das sein soll den weiße ordner das krieger müssen wir mal gucken wie wir das machen damit soll auch mal gucken wie wir das machen hier passieren sehr seltsame dinge leute sehr sehr seltsame sehr seltsame dinge kann man die mich erstmal weg packen das denke wir auch weg packen den können wir noch eben wir können aber fällt mir gerade ein ach da brauchst du erde für ne stimmt da brauchst du erde für wo ist er wo ist er da ist er doch genau für den kümmer auch fertig machen dann hätte man sich zumindest ein bisschen blau für deko kraft so hat sie mir jetzt ein bisschen blau rot haben wir ja noch keins ne man kann da schon mal ein blau reinpacken und wir hatten irgendwo 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 hatten wir doch noch ein bisschen leben habe ich wieder runtergepackt ne 112 blau haben wir jetzt sehr schön sehr schön kunst badezimmer schlafzimmer misc rot barriere verließ hier so heiße window barrikade wenn wir die da viel drauf packen dann müsste auch wunderbar aussehen damit könnte dann auch alles leben rot grün blau wir brauchen ressourcen wir brauchen jede menge farben wir brauchen wir brauchen wir brauchen farben grün brauchen wir auch so 118 blau haben wir jetzt ich wollte auch nur die kaktus haben salat und kaktus oder nicht ich habe keinen knochenmehl ich habe ja nix ich habe auch keine wüste in der nähe wo ich sagen könnte wir könnten mal schnell kaktus holen nicht ansatzweise hier müsste ich auch komplett rüber also wüste haben keine in der nähe absolut nicht mich würde halt interessieren ob die kaktien mit knochenmehl aufwachsen wie die anderen bäume auch weil wenn das funktionieren würde könnte ich mir ein wenig arbeit sparen ich glaube ich habe darunter gepackt immer die sich der baum der gibt mir nämlich die ganze zeit jetzt schon dezent auf die nüsse jetzt ist fax jetzt ist ende sie ist ich wusste es im stadt der wächst schon wieder neu hier ist der verkehrt bei euch bäume die wachsen wie unkraut das augenbaum hat damit ist denn hier los ist da so keine märze weg 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 hier wird mich sehr reihe pflanzt bis ende hier und hier machen wir jetzt auch platt so schicht im schacht in dem gelände fachsendicke ja wo sollen wir eine wette machen ich habe schon wieder keine sojabohne also daraus nicht wo daraus wir soja bohnen kriegen könnten wer entweder der wintergarten oder andere da gibt es noch ein anderes setzlinge zicht tausend setzlinge ja das ist voll ist voll ist voll so das haben wir das haben wir das dass das 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 grün grün grüßen alle meine farben dann lasst es gucken so ich bin da weil wirklich nur hier aber ich glaube nicht dass es da kaktien gibt was soll das jetzt das ist gerade wird aufgeploppt oder nicht da hast er halt oder ist auch kein dorf in der nähe da ich sagen könnte ja wir machen mal kurz eine reise hin hier haben wir keramik hier unten haben wir angefangen lass uns mal gucken rovnado dolrodo hier haben wir auf jeden fall jede menge ton da war tempel zum fausen hier waren die mangroven genau schlumpfhausen da bin ich gestorben da war atlantis ist auch jede menge ton oder ist nu 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 nix los nix los nix los hier dort können wir mal weg packen das haben wir das haben wir so lernen lassen sie mal gucken wir brauchen grün habe ich gesagt ne grün kriegst entweder kaktus kaktus kaktien oder aber oder aber oder aber zwei grüne pflanzen gibt es die augen grün abgeben das weiß ich wir gehen jetzt erstmal ton holen ein bisschen damit wir den auch schon mal füllen können und redstone wäre vielleicht auch nicht verkehrt ne redstone haben wir redstone kann man nämlich auch noch ein bisschen matschie matschie da haben wir auf jeden fall rot und links blau so tun 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 kann ich uns scheinbar grün machen das wäre natürlich ist auch die frage grün wir brauchen gegen grün hier den brauchen wir kaktus grün grün ja jetzt kommt das wieder mit den scheiß blumen also das definitiv nicht das problem ist halt gehen entweder die beiden grüner farbstoff grüner farbstoff wo wie krieg ich den grünen farbstoff können ich auch keiner sagen auch keiner sagen spiel ich Bis zum nächsten Mal.